Dieser Mythos ist absolut belegbar und wir kennen ihn alle. Wir wissen alle sofort, ob ein Mensch gut geschlafen hat oder nicht. Vor allem im Tiefschlaf, aber auch in anderen Schlafphasen werden HGH-Hormone ausgeschüttet und die sind für unsere Hautstraffung, für Lestizität der Haut, für unser junges, strahlendes Aussehen verantwortlich. Deshalb ja, den Schönheitsschlaf gibt es wirklich.